Billerbeck, Klaus-Otto Nagorsnik wurde am Wochenende beigesetzt. Auch seine Gefragt-Gejagt-Kollegen waren bei der Trauerfeier anwesend. Letzte Ehre, Klaus-Otto Nagorsnik wurde beigesetzt. Am 24. April wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Klaus-Otto Nagorsnik im Alter von 68 Jahren überraschend verstorben ist. Am Wochenende fand nun die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung des Beliebten gefragt, Gejagt-Jägers statt. Das hat nun Ex-Jäger Holger Waldenberger am Samstag, 11. Mai, auf X bekannt gegeben. Etwa 80 Leute waren bei Klaus-Otto's Trauerfeier, darunter alle Jäger und Alexander Bommes. Es war vielleicht einen Hauch zu förmlich, aber es hätte ihm, glaub, ich, gefallen, heißt es in einem Beitrag. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Alexander Bommes, 48, verriet in der NDR-Talkshow nun aber, dass Klaus-Otto Nagorsnik in einer Produktionswoche für die neue Staffel der Quizshow verstorben sei. Klaus-Otto war abends nicht im Hotel erschienen und wäre am nächsten Tag dran gewesen. Er ist laut Nachbarn in seiner Wohnung eingeschlafen, so der gefragt-Gejagt-Moderator. Die letzten gefragt-Gejagt-Folgen mit Nagorsnik laufen ab sofort im TV. Klaus-Otto Nagorsnik hinterlässt eine Lücke in der gefragt-Gejagt-Familie. Seit 2014 war er unter dem Kampfnamen der Bibliothekar in der beliebten ARD-Quizshow als Jäger zu sehen. Ab dem 13. Mai gibt es die letzten Folgen, die in den Tagen vor seinem Tod gedreht wurden, mit ihm zu sehen. Klaus-Otto Nagorsnik hinterlässt eine Lücke in der Bibliothekar 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 in der Bibliothekar.